Herzlich willkommen bei Maritim. Herzlich willkommen in einem unserer neuen Webstudios. Sie kennen die Maritim Hotels als deutschlandweit bedeutendsten, inhabergeführten Anbieter von Veranstaltungsräumlichkeiten jeder Art und Größe. Jetzt kombinieren wir für Sie Bekanntes und Bewährtes mit heute zeitgemäßem und notwendigem. Was Sie hier sehen und buchen können, ist ein voll funktionsfähiges Webstudio. Unter anderem mit einem Greenscreen-Hintergrund, einer Grundausleuchtung, aktuellster Kameratechnik sowie einer professionellen Ton- und Videoregie. Dabei steht der Vortragende vor einem großen grünen Stoffbanner. Wie in einem Nachrichtenstudio lässt sich nun der Hintergrund und damit die Gesamtszenerie je Veranstaltungsinhalt beliebig verändern. So kann der Vortragende in einer Einstellung vermeintlich in einem Kongresszentrum stehen und gleich danach am Strand. Ein Special-Effekt, der wirklich viele Einsatzmöglichkeiten bietet. Probieren Sie es doch selbst einmal aus. Dank unserer kompetenten Technikpartner lässt sich ein solches Webstudio ganz unkompliziert in jedem unserer Hotels in Deutschland aufbauen. Sowohl in kleineren als auch in größeren Räumen. Immer so, wie Sie es für Ihre Veranstaltung benötigen. Sie sehen, bei uns ist alles vorbereitet. Wir machen Ihre Veranstaltung auch zukünftig möglich. Entweder mit allen Teilnehmenden live vor Ort, hybrid oder rein digital. Sprechen Sie uns dazu gerne an. Vielen Dank für Ihr Vertrauen, alles Gute und auf bald in einem Maritim-Hotel Ihrer Wahl.